Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch auf dem komischen Stein. Ich weiß ja immer noch nicht genau, was ich machen soll. Aber ich werde es rausfinden. So. Spiel gespeichert. Passiert jetzt was Großes? Ja, jetzt passiert was Großes. Und wir haben keine Energie. Hey, wer ist denn so bescheuert und... Okay. Ein Schuss tot. Okay. Wahrscheinlich muss ich den besiegen, um hier auszukommen. Okay. Das war's für heute. Das ist echt schwer. Vor allem, ich muss die permanent die ganze Zeit ausreuchen. So, Sack. Weg mit dir. Warte mal, der hat sich auch wieder reaktiviert. Da war noch ein Leben drin. Also hier komme ich quasi nicht mehr weiter. Auf einer Seite doof, auf der anderen Seite kann ich es verstehen. Okay. Okay. Das war's für heute. Nicht vergessen. Und hier stimmt, wir können ja noch einen Punkt verteilen. Ultra Lichtstrahl, erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Nö. Vitalität, Effizienz, nein. Wir nehmen jetzt mal dieses hier. Die anderen Sachen dürfen auch nicht alle zu Kuss kommen. Weg. Weg. Okay. Ähm. Hier geradeaus durch. Weg. Und das Kartenfragment von vorne haben wir auch noch. Ach Mist. Vorwärts oder zurück? Vorwärts oder zurück? Mh. 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 Es ist doof. Okay. Das ist aber relativ schnell gemacht, finde ich. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall das Kartenfragment schon mal freigeschaltet. Oh nein. Das ist auch so viel. Aber da komme ich zum Verrecken nicht rüber, glaube ich, oder? Nee. Da komme ich nicht rüber. Wir setzen uns erstmal an dem Gollum-Typen da an die Fersen. Heften uns an die Fersen von dem Gollum-Typen. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da. Dann hier. Und dann hier. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir hier irgendwie nochmal Energie bekommen. So. Das Ganze wird einmal gespeichert. Dadurch bekommen wir jetzt Energie. Äh. Äh. Ich finde das jetzt nicht gerade so witzig. Weil. Okay. Weil. hier. Wir gehen nach. Das fliegen wir an. Es wackelt in der Wude alles. Ne. Aber geht nicht wirklich kaputt. Okay. Hier ist gut. Ja. Hier ist gut. Ah. Da ist noch so ein Baum. Gucken, ob wir da jetzt. Uh. Das sinkt ja. Oh. 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 Böser Frosch. Okay. Ich gehe jetzt mal zu dem Baum. Ein Stammbaum. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Ja. Egal, was ich jetzt machen kann. Ist bestimmt geil. Du hast hier einen Doppelfrunk erledigt. Und ich wusste, ich habe vorhin noch so gedacht, ne. So ein schöner Doppelsprunk wäre mir jetzt auch geil, ne. Die ist ja geil, ey. Oh. Kann ich fein springen jetzt? Vorhin kriege ich jetzt mehr Sachen. Ah. Fein, fein, fein. Ach. Schön. Endlich ein... Was? Der macht dummti dummti dumm. Will dummti dummti dumm mich verarschen? Nein. Oh. Ja, ich kann schon Doppelsprung und knalle immer nach oben. Nö, brauchen wir gerade nicht. Eigentlich habe ich jetzt drauf spekuliert. Ne, mit Energie ist man nicht. Oh. Ne, mit Energie ist man nicht. Gut, dass ich beim Baum gespeichert habe. Das tut mir wahnsinnig leid. Das ist wirklich schlimmer, wie es hier aussieht. Es sieht so leicht aus. Ist es aber gar nicht. Man muss ja auch die ganzen Sachen auch erstmal können. Ich kann es auch hier sehen. rüber und noch eine energiezelle da unten war jetzt war alles erkundet so damit spreche ich jetzt hier dann haben wir hier schon mal den speicherpunkt weil genau deswegen wenn wir ziemlich sicher ich kann hier jürgen irgendwo mit ihm nicht mal vielleicht ich probiere ich glaube da vorne ist nein es gibt keine lücke aber ich habe mir wirklich gespeichert so dass ich nicht ok zack erstmal die Punkte einsetzen so Punkte nicht weg laufen wir müssen also jetzt hier weitermachen schön ok wir können erst unten langlaufen oder erst oben langlaufen hm 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 moment man kann einmal da rein und wir können können könnten könnten ist nicht unbedingt gesagt ne zack so gehts voran ja da ist auch der Trottel der Trottel ist gut ne der kommt hier besser durch wie wir wie wie soll ich wie wa ne komm das ist ja fast fast unmöglich wenn man keine Lebensenergie hat bam frosch weggenudelt wir speichern nochmal das ist mir zu riskant ja ach ich würde sagen wir beenden heute mal die Folge etwas früher nein es ist eigentlich schon 15 Minuten quasi ähm abonniere meinen Kanal falls ihr es noch nicht habt falls ihr jetzt zum ersten Mal drauf seid oder sonstiges ähm gebt Kommentare, Verbesserungsvorschläge, teilt das Video, liked das Video und bis zum nächsten Mal bis dann ciao